es wäre ich ziemlich krass zurückgedrängt worden du gehst mal drauf mein freund flieger ist alles safe kann auch sein dass vielleicht diese runde uns verschonen sie keine flieger machen auch geilen oder kämpfer für mich oder so ich werde jetzt hier schon mal ein paar fallen bauen ich finde da ich hier sogar richtig kacke fallen zu bauen richtig scheiß position dafür mehr finde ich jetzt nicht ja gut ich habe vielleicht die falsche fallen dafür jetzt erste wenn du in den turm fallen hast also die von oben kommen patrick komm mal zu mir hier ist nicht ganz viel leben wenn du kannst vorsicht aber hier ist ein oga bei mir ja ich habe bei mir nichts zu tun und der kämpft jetzt erstmal von unserer seite was ja aber so 5690 coins kann ich jetzt mal verbraten alter geil ich habe nur 3000 der 2000 ich habe gerade in der runde nichts ausgegeben ich werde sie kalt machen so so ich werde nochmal das und den rest spare ich dann kann ich mich gleich noch horde an den wichter bauen und so okay direkt flieger 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 ich mache die flieger und du machst bei dir weil bei dir wieder kommen die auch raus lass dich nicht zurückfallen dann guck ich stehe ich die flieger ein bisschen in den Zaun halte alter direkt zwei oga übertreib direkt ah bei mir kommt jetzt auch raus alter ich kann nicht laufen bei dir auf der seite kommen noch ein paar flieger bei mir kommen sie alter ich kriege auch erst mal direkt zwei oga jawoll gibst du hart ich will erst die fliege flieger weg haben wenn ich mich kurz zurückdrängen muss kämpft für mich auch leben und das liegt da vorne habe leben die fliegeteile sind weg achtung bei dir sind die alte die fliegeteile sind bei dir durch sehr weit durch flieger flieger ah scheiße sie kommt weit durch oga weg mit dir aufladen 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 bam so platt machen alter der hat mich noch gestunt der hat mich noch gestunt komm ja noch ein oga genau so will ich es so will ich es gibst mir einfach hart alter läuft wir werden so verlieren ne und das neun runden geht das jetzt Leute der hat mich gestunt der hat mich gestunt der hat mich gestunt der hat mich gestunt ich bin fast tot ich bin fast tot ich bin fast tot ich bin fast tot nein ich bin tot scheiße den oga geht durch lol ein oga zieht acht ab ein oga zieht einfach mal acht leben ab boah fuck weil er mich gestunt hat und er mich gekillt hat er legt mir doch den Koch von ist so wächter attack meine wächter werden euch her nicht dann ja hier kommen sie auch raus ja wir haben gerade nur Glück dass keine Flieger missgeboten kommen das war ja gerade ein übelseller ein oga ist tot ich dachte die einfach zwei oga geschickt haben geil noch ein oga komm irgendwo Flieger ne Flieger ist gerade safe sie ist ja auf der minimap schön auf unserer Seite oga boah alter bei mir ist das die Hölle los hier ne ach ich hab hier einen oga und massig an klein kram der oga möchte jetzt aber sein Leben werden und zwei nächste oga natürlich Freunde weil ich auch nichts besseres zu tun habe als gegen oga zu kämpfen möchte ich noch so viele Scharen reinbrücken nein ich hab mein Mana verbraucht weil ich scheiße gebaut hab puh der wurde ein Geist das war gut alter mir haben gerade die Fallen so den Arsch gerettet wegen den ogan ne aber sowas von den Arsch gerettet alter die Deckenfallen sind doch jetzt eine gute Investition gewesen wie ich da wie ich sehe ok das riecht das riecht das riecht die Leute nicht da hinten langlaufen Kollege so bei mir sind keine mehr bei mir sind noch ein paar Fuzzis ich geh jetzt aber drauf ein klarer Beweis meiner Überlegenheit schau ok die Coins ist wirklich Geld los gehts Flieger? ne bist ja kein Flieger bei dir kommen sie raus guck auf dem minimap da siehst du halt immer rote punkte als Gegner ja jetzt kommt Flieger woher ein bisschen Flieger töten ah Flieger sind da ah geil wieder zwei Ogre und zwei Erdemenimentare ja läuft ok läuft das gibt nen Rückschlag scheiße boah alter was grad los ist wir sind schon nah ran ok kurz vor dem Ausgang sind welcher ja da ist ein Flieger wohl warte am rocken bitte hinten anstellen boah lass uns wenigstens das Level schaffen so komm abgehen 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 vaht click click da kommt schon die nächste leider will ich nicht mit euch noch bestreiten genau Erdemenimentare greift ihr mal ein bisschen da noch an du willst doch auch das da die Leute töten alter ja spaltet euch noch auf ist okay nein denn die kommen hier gerade ordentlich durch und hat gerade eben gerettet geil 15 läuft nur noch das wird spuren hinterlassen platzi du mal bitte ein bisschen von deinen fallen jetzt an meiner seite und ich von meinen fallen an deiner seite ok so haben wir eine gute mischung denke ich mal also hoffe ich mal ich habe jetzt gerade mal bei meiner seite am ende des weges habe ich mal ein bisschen was gemacht heute fühle ich mich so verspielen so hier frosten wir die dann nochmal ein jetzt habe ich nicht mehr viel geld was ich dann hier so ich hab kein geld mehr ne ja guck mal bei dir bei dem ist jetzt eigentlich auch viel viel besser sein guck mal ja verlangsamungsdinger sind geil hier verlangsamung und da oben die prügelteile ja geil 4 wächter warte kurz bevor du auf geht rückst du trink mal eben kurz was ja ich hab auch noch nicht ich guck auch was noch bei mir ok hier direkt nochmal verreist hier nochmal hm da äh ich hab ein bisschen mehr eis an den teilen die auch zurückschleudern gemacht damit da die Falle ein bisschen mehr wirken kann und ich glaub sogar meine eisteile machen durch Upgrade sogar Schaden ja ich mein ja weil den Oga der hat auf einmal lebensabgezogen bekommen ich mein das ist durch Dingens gewesen ja Moment mal ich muss kurz hier auch ja ja ich bin hundertprozentig jetzt fertig ja mach schon mal kurz hier Sprachnotiz anhören oh ne Sprachnotiz ja ja ich denke man hört ab und zu die mit hier drunter ne deswegen versuchen wir ein bisschen drüber zu labern was nicht was da so gesagt wird pats pats